Mit dem restaurierten Russen hast du einen Sohn dabei. Und? Hallo! Und einfach sagen. Schade, hättest du gerne in Aktion gesehen. André ist so kein Kind von Trausigkeit. Er hätte den Russen hier sicherlich in den Pflicht nicht vorgegeben. Wir haben hier den Russen hier vor fast gehaltenen Dopp aus Nordien. Also, in Landstadt-Hilda, 1600 bis 400, Torsten, Schätzchen, Kalahiner, München. Hier steht auch der Behördengang und die Abnahme für den Wagenpass auf, deswegen wäre hier aber ein historischer mit, da brauchen wir auch mal ein bisschen zu tun. Der fährt sich schnell, aber natürlich besonders sicher. Reukund, Fremdengang. Hier haben wir uns heute ein paar Fahrer. Thomas Heise aus Wetzberg ist der Hans-Best. Daniela hat sich holen. Jemand dabei? Der Hintermann hat ihn eingeholt. Uwe und Angela Niesmann, ein Ehepaar, Ende 50, aus dem Umfeld von Prümen. Neike Peters wird heißen Röhr, die kommen auch aus der Nähe, ganz süß bei Bremen. Jetzt ein Stellverwinter, Gold aus Wetzberg. Wetzberg ist der Kino. Es ist der Kino. So schlägt auch die Kino. Die Kino. Sie haben jetzt die Kino. Die Kino. Die Kino. Die Kino. Die Kino. Die Kino. Also kann man die Rallye in Analyse, jetzt war es in Analyse, weil die Rallye-Autos im Moment nicht so gut war, wie es auf den Abtier angekriegt worden ist. Und jetzt versuchen sie sich ja mal ein bisschen weiter zu üben. Das ist ein bisschen. Da kann den Tempo fahren konnte Kante führen. Wir haben die nachgebaut, das Ehepaar Marcel ist ein geblühter, kommen aus Bühl in den Schwarzwald. Die hier kommt jetzt auch das nächste Team, hier mal wieder Vater und Sohn, Michals Team, Futterwald, Kleinstorm, Erneepaar, Fahrrad, Fahrrad. Das Auto ist ein ganz besonderes, ein Albert-Julian, das Hotel kam Anfang der 60er Jahre auf dem Markt. Wir haben das letzte, auch von Quertreiber, die Müllers aus Rolf & Güttel im BMW 2002 Ti, das älteste Auto, noch mal vor allem. BMW 2002 Ti Fahrt.